hi leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge spirit of the nerd ja 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 leute ihr wisst was zu tun ist wir müssen dahin gehen und unsere eine unserer neuen fähigkeiten holen was für eine das ist weiß ich nicht genau wir müssen auf jeden fall die verschiedene sachen weiterhin aktivieren die die auch leer sind damit wir genug kraft haben und unsere end und sagt die stärkste zu sein leute das seht ihr wir müssen das stärkste sein und es besiegen dafür brauchen eine neue fähigkeit was das ist weiß ich möchte es nicht und ich wiederhole mich gerade wo ist denn noch blaue blumen ist es gerade automatisch aktiviert blaue blumen wo seid ihr wisst ihr was leute wo ich hier lange nach blauen blumen suche ich lieber zurück zum vorherigen level und holt sie mir obwohl das funktioniert hier scheinbar doch nicht so wie ich dachte what the heck ich weiß dass man normalerweise nur als geistern gehen könnte wenn die druckplatte da ist aber das ist mir scheiße entwickler dran gedacht diese einzelne teile kann man ja auch aktivieren glaube ich das war für's tot für den tod dass da hinten die berge waren für auch für den tod das ist ja genau das ist ja der regen der dargestellt wird vielleicht bringt uns das später noch was ich brauche allerdings blumen man hey das kann doch nicht sein dass ich ganz da unten muss naja hey spiel lass mich doch spaß haben als ob die ganz dahinten sind nein ums das ging noch gut das ging noch gut das ging noch gut und jobs rüber sind wir ja 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 so gestern im weiten aktivieren ich glaube wir brauchen noch zwei und wenn ich jetzt nur zwei mal diesen weg hier laufen muss es gibt doch hier irgendwo anders da blaue blumen oder wollen wir jetzt noch gucken was ist da hinten auf sich hat mit dieser platte das ist das interessiert mich halt auch schon ich bin gespannt leute ich bin gehypt ja ja das ist noch eine platte wir können aber nur als geist dran bedeutet dass wir irgendwas aktivieren können da ist nur das glaube ich nur ein stab ja das scheint nur ein stab zu sein können wir den auch als geist nehmen ok dann probieren wir jetzt mal was anderes kann ich diese statuen aktivieren irgendwas hat es doch hier auf sich ich gebe dich auf nötig nicht oh verdammt jetzt habe ich gar keine blumen es muss doch hier irgendwo geben bei einer vorne also das spiel möchte dass man die ganze zeit diesen weg geht es kann ich mir kaum vorstellen oder blumen blumen werden immer knapper auch eine sammeln dass es da vorne blumen gab bitte nicht oh man naja wenn einer von euch das davor gesehen hat würde sich einen abgelacht haben so aktiviert 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 dich müssen wir noch aktivieren und dich da vorne ok leute das letzte teil aktivieren und dann sehen wir unsere neue fähigkeit wir sind extrem stark gleich wenn wir da drauf gehen erfahren wir es und dann was sind es geil das sorgt für extra boost oder wie Cool Sehr cool Ah, warte, warte, warte Mit der Fähigkeit ist was eingefallen Ist was eingefallen Alter, das ist saugeil Aber es dauert, bis es wieder aufgeladen ist Also es sorgt dafür Einen kleinen maximalen Boost Wo aber manche Sachen Schon reicht So Nein, ah, wenn ich nicht an die Wand gehen würde Yes Hahaha Na, hier können wir wieder raus Das muss doch noch was anderes geben Ja, der hat einen Stab Oh, das Zimmer frei Hey, da vorne war noch was Ich meine, Leute Wir müssen ja nicht direkt hier immer weitergehen Man kann ja auch die Kleinigkeiten hier machen Man nimmt mal den Stab mit Ich meine, wir haben jetzt bei jedem Stein gezeigt Dass man durch das Ding sterben kann Also, dass die Menschen gestorben sind Und was befügt sich jetzt hier drin Der Leiche Und den haben wir jetzt geheilt, Leute Seine Seele ist frei Ja, habe ich doch gerne gemacht Habe ich doch wirklich sehr, sehr gerne gemacht So Jetzt, wo er in Ruhe ruhen kann Können wir in Ruhe weiter Ich glaube, dass wir hier schon zu ziemlich alles gemacht haben Wir haben die letzte Fähigkeit bekommen Oh Leute, das ist so cool Ich freue mich echt Wee 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 Das stimmt was nicht Das reicht nicht Na? Okay, warten Wir warten erst mal, Leute Wir haben doch Zeit Verdammt Verdammt Na das reicht nicht Müssen wir irgendeine andere Fähigkeit zusätzlich aktivieren? In der Luftzinn nochmal aktivieren? Warte mal Wir können ja vielleicht Anlauf nehmen Nein Das macht keinen Unterschied Wie schaffen wir denn den Sprung? Wie schaffen wir diesen Sprung? Naja, das finden wir in der nächsten Folge raus, Leute Damit würde ich sagen, das war's Bis für nächstes Mal Ciao, Leute Von heute